Ja hallo hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und Klaus spielt wieder ein Sudoku. Mein Lieblingsspiel glaube ich und dann wird sich so schnell auch nichts mehr daran ändern, weil die anderen Spieler haben alle irgendwelche Nachteile und bei dem ist das nicht so. Also bisher habe ich 63 Spiele gemacht, auf der Mittelstufe und da möchte ich jetzt fortsetzen, das 64. machen. Neue Spiele, Mittelspielen. Jetzt kommt wieder eine Werbung, kennen wir schon. 3, 2, 1 weg. So, da sind wir also. Oben eine leere Zahl, das fängt ja gut an. Und unten auch eine. Also zwei leere Zahlen oben und unten. Was sagt die 1? Ja die 1 sagt nicht zu viel. Doch da kann man die 1 hinsetzen. Bei der 2. Bei der 2. Da kann man die 2 hinsetzen. Ja bei der 3. Ja nichts bei der 4. Ja bei der 4 ist sie auch mager. Und bei der 5. Und bei der 5. Tja. Dann verließen sie ihn. Und bei der 6. Bei der 6. 2 6er. Ja da kann man nicht viel machen bei 2 6er. Bei dieser großen Auswahl. Und bei der 7. Da kann man eine 7 hinsetzen. Da haben wir also eine 7. Und weiter. Tja. Ende weiter. Nichts weiter. Überdacht. Tja. Sieht auch nicht rosig aus. Das sieht auch nicht rosig aus. Das sieht auch nicht rosig aus. Und bei den 9. Tja. Tja. Nichts zu machen. Also. Noch ein Durchgang oder war es das jetzt? Viel war ja nicht zu holen. Muss man sagen. Viel nicht. Also. Bei der 1. Bei der 1. Können wir. Doch. Bei der 1. Können wir was machen. Oder? Ne. Ich dachte gerade. Der. Der Wunsch war der Vater des Gelenkens. 2. Und. 4. 2. 2. 3. 2. nicht gebessert 3 ja und nicht ja ja mit der firmen ja bei der 5 sieht immer noch schlecht aus wenig ergeblich bisher der zweite durchgang oder ich übersehe hier wesentliches und wichtiges kann natürlich auch sein das kommt auch öfter vor ich bin wieder müde wovon ein bisschen ergo heute oder von der kaufsucht ja 5 nicht 6 nicht 7 bedacht bedacht da kommt nacht hin da kommt nacht hin und dann kommt da auch einen hin und dann muss da einen hin und da einen hin merkwürdig also dass er kann nicht dann aus ja 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 der durchgang also der zweite durchgang hat immerhin die achten gebracht tja zwei ist hoffnungslos und eins zwei auch hoffentlich gerade und dann und dann und dann und dann und 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 auch Also das heißt, Moment du, Dirk muss sich direkt da kommt nicht rein, ich muss nur die Augen aufmachen. Da sind Möglichkeiten drin, aber ich sehe die nicht, das ist das Problem. Wieder mal, ja, wieder mal, bei der 1 Tabelle nicht, oder? Ja, dafür macht man ja mehrere Durchgänge, für den Fall, dass man in den vorherigen auch was übersehen hat und ob sich da irgendwas Neues ergibt. Ja. 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 Ja, hier tut sich ja auch was, das heißt, da muss er eine Fünf hin, wo vorher keine Fünf war und da kommt auch eine Fünf hin. Ja, das heißt, hat sich schon gelohnt, da kann man sagen, da auch nochmal. Jetzt hat das vier Neue gebracht. Ja, vier Neue. Gut, dann die sechs, die sechs Mutteile. Und ähm. Ja, und äh. Und die 6 muss da hin und das heißt also, dass da die 6 hin kommt. Und damit kommt da oben auch eine 6 hin. Also manchmal scheint ich wirklich so, manches nicht zu sehen. Okay, das war also schon mal Geld, Nr. 7, ja das ist zum Beispiel genau dasselbe, also da ist dann die 7, das heißt die 7 muss also da sein und damit kann die 7 hin nur da sein. Solche Spielchen meine ich. Solche Spielchen meine ich. Okay, dann die 8. Mir geht nicht, oder? Ne. Doch, hier geht noch was. Da geht noch was. Da geht noch was und dann heißt das. Ja. Bei der 8 gilt jetzt auch was. Da zum Beispiel kommt jetzt die 8 hin. die konnte da vorher nicht hin kommen, weil sie 7 da zugekommen ist oder so. Ja. Und dann kommt da auch eine 8 hin. Also die Durchgänge werden ja immer ergiebiger. Ja. Je öfter ich hier durchgehe, desto mehr sehe ich. desto mehr. Ja. Jetzt haben wir aber alle 8 da. 8 haben wir alle gut. Hurra hurra. Also die erste. Ein erster Erfolg. Da fehlen noch 2 Stück nämlich 6 und 9 oder nächstes Exempel. Was fehlt denn da 1, 2, 3, da fehlt 4. 4 und 9. Das heißt die 4 muss da hin. Und da kommt da die 9 hin. Gut. Dann haben wir also die 9. Und natürlich mehr ist nicht zu machen hier. Also nächster Durchgang 1 wieder. 1 muss also da hin. Und damit kommt die 1 da oben hin. Endlich haben wir mal ein 1. Endlich haben wir ein 1. Da haben wir ein nächstes Feld. Was kommt denn da hin? 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt die 6. Zum 8. 9. Da kommt die 6 hin. Ja. Gut. Also da hatten wir gerade die Einsam. Da hatten wir also die Einsam. Da hatten wir also die Einsam. 2, 5. Das heißt die Einsam. 2,5. Also unten hin. Und damit kommt die Eins. Da oder dahin. gut bei der 2 sieht es immer noch ähnlich aus stimmt gar nicht da kommt eine 2 hin was rede ich denn was rede ich denn und geht es dann weiter was kommt denn hier hin 1 2 3 da kommt die 4 hin da kommen die 4 hin ja und äh wo waren wir 2 waren bei den 2 waren wir was haben wir da 1 1 2 1 2 da und dann da genau und hier unten tut es nichts mit der 1 also was sagt mal 2 3 da kommt eine 3 hin da kommt dann eine 3 hin und äh da unten 2 3 und da 2 3 kommen wir nicht weiter 4 und bei der 5 bei der 5 doch hier unten da kommt der 5 da da kommt die 5 hin das hätte ich jetzt beinahe übersehen und dann kommt da auch eine 5 hin und dann kommt da eine 5 hin damit hätten die 5 bei der 6 bei der 6 ja da kommt der 6 hin da kommt der 6 hin und da kommt der 6 hin und dann kommt der 6 hin ja gut da haben wir die 6 hin da simmer da kommt der 7 hin und da kommt die sieben, aber die sieben auch alle. Die achte haben wir schon. Und bei den neun dann essen wir noch, ne nicht mehr, da kommen die neun hin. Da kommen die neun hin und ja da unten können wir uns irgendwas aussuchen. Ja gut, wir sind heute schon gut weitergekommen. Eine neue Runde, also die 1, jetzt kommt da die 1 hin, ist klar, so fühlt sich das, kommt da oben noch hin, 1, 2, 3, da kommt nur ne 4 hin, da kommt nur ne 4 hin und dann kommt hier auch ne 4 hin. Und äh, haben wir das, dann haben wir ja beide alle 4, nicht ganz, da fehlt nur ne 4, die, die haben wir jetzt auch. Ja gut, da haben wir die 4, also bei der 1 waren wir stehen geblieben, die 1 haben wir, dann kommt da auch ein 1 hin. Und dann fehlt da noch was, da fehlt dann die 2 oder wie, ne? Da kommen die 2 hin, ja. Also bei der 1, also bei der 1, bei der 1 ist halt mein Ende, bei der 2, bei der 2 ist, da kommen die 2 hin, dann haben wir die 2 auch alle. Ja, ja. Und die 3, die 3 muss da hin. Und dann kommt die 3 da hin. Ja. Dann fehlt dann noch die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da fehlt dann die 9, da fehlt dann die 9, da kommt dann der 1 hin, und der 1, 9, jetzt löst sich das hier alles auf. Ja gut, wo haben wir, wo haben wir, 1 haben wir, da kommt dann die 1 hin, dann kommt da auch ein 1 hin, noch ein 1, und das war's. Zeit, 23 Minuten, sehr gut. Gute Zeit, unter der Bestzeit, da wollen wir hin.